In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die gegenseitige Lage von drei Ebenen rechnerisch entscheiden kann. Bevor wir loslegen, noch ein paar Hinweise, welche Grundlagen bzw. Vorkenntnisse ihr haben müsst, um bei diesem Thema richtig durchzublicken. Naja, in erster Reihe musst du in der Lage sein, ein lineares Gleichungssystem mit dem Gauss-Verfahren zu lösen. Und zweitens musst du in der Lage sein, diese Lösungsmenge richtig zu interpretieren. Wenn bedarf, Tutorials zu beider dieser Themen findet ihr am Ende dieses Videos im Abspann. Bevor wir uns gleich verschiedene Beispielaufgaben zu der jeweiligen Lagebeziehung anschauen, wollen wir uns das Ganze erstmal bildlich vorstellen. Also, drei Ebenen können sich in erster Reihe schneiden und zwar in einen Schnittpunkt. Wenn ihr bei dieser Abbildung Probleme habt, den Schnittpunkt zu finden, folgt den grauen gestrichelten Linien und dann findet ihr ungefähr an dieser Stelle den gemeinsamen Schnittpunkt. Außerdem können sie sich auch noch auf eine andere Art und Weise schneiden, und zwar in einen Schnittgeraden. Die Schnittgerade kann man sich hier an dieser Stelle als rote Linie vorstellen. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Fall, und zwar zum Beispiel dieser hier. Man sagt in diesem Fall, dass die drei Ebenen gleichzeitig nichts gemeinsam haben. Zwar schneidet die grüne Ebene zum Beispiel die anderen zwei Ebenen in zwei verschiedenen Schnittgeraden, allerdings haben die drei Ebenen nichts gemeinsam. Und deshalb sagt man einfach an dieser Stelle, dass sie keinen gemeinsamen Punkt besitzen. Natürlich kann die dritte Abbildung auch anders aussehen. Zum Beispiel, sie können sich jeweils zu zweit in eine Schnittgerade schneiden. Das spielt keine Rolle für die Berechnung, wie sie genau zueinander stehen. Wichtig ist nur, dass sie keinen gemeinsamen Punkt haben. Das kann man sehr einfach anhand der Lösung von einem linearen Gleichungssystem entscheiden. Und weil diese drei wichtigsten Lagebeziehungen von der Lösungsmenke eines linearen Gleichsystems abhängen, wollen wir das an dieser Stelle auch ein bisschen verdeutlichen. Also, wenn wir wieder auf unser erster Fall schauen mit dem Schnittpunkt, das könnte man bei der Lösung eines linearen Gleichsystems an der Tatsache erkennen, dass das LGS eindeutig lösbar ist. Also, eindeutige Lösungen für x1, x2 und x3. Unser zweiter Fall mit dem Schnittgeraden könnte man an der Tatsache erkennen, dass das LGS mehrdeutig lösbar ist. So, als kleiner Erinnerungsschub, an dieser Stelle muss man für das Lösen des linearen Gleichsystems einfach einen Parameter einfügen. Und bei der dritten Möglichkeit hat das LGS einfach keine Lösung. Dann wissen wir automatisch, dass die drei Ebenen keinen gemeinsamen Punkt haben. Außerdem gibt es noch zwei weitere Lagebeziehungen, die viel einfacher zu entscheiden sind als die ersten drei. Und zwar, einmal gibt es die Möglichkeit, dass die drei Ebenen zueinander parallel sind. Oder in manchen Büchern wird das auch als echt parallel bezeichnet. Oder natürlich, dass sie übereinander liegen. So wie hier rechts eingeblendet. Mathematisch nennt man sie identisch, beziehungsweise parallel und identisch. Wir werden ganz am Ende sehen, dass diese zwei Lagebeziehungen zu entscheiden deutlich einfacher ist als die ersten drei. Und hier ist die erste Beispielaufgabe. Eine typische Formulierung für eine Abituraufgabe wäre zum Beispiel, löse das LGS und interpretiere die Lösung geometrisch. Naja, die erste Aufforderung, das LGS zu lösen, ist ja klar und deutlich. Die geometrische Interpretation am Ende bedeutet, dass ihr diese drei Gleichungen, was ihr hier in diesem LGS habt, als Ebenen betrachtet. Deshalb habe ich sie auch bezeichnet hier mit der E1, E2 und E3. Und entsprechend aus der Lösungsmenge die Lagebeziehungen dieser drei Ebenen rausfindet. Und bei diesem ersten Beispiel könnt ihr ziemlich eindeutig oben mit Rot erkennen, dass ich diese drei Ebenen in einen Schnittpunkt schneiden werde. Und deshalb wollen wir natürlich das LGS lösen, um das rechnerisch rauszufinden. Dabei halte ich mich an das sogenannte Standard-Gauss-Verfahren. Das heißt, alles hier unter dieser Stufe muss 0 werden. Und das werde ich hinkriegen mit Hilfe des Additionsverfahrens. In erster Reihe muss dieser 2x1 verschwinden. Dafür sollte vor dem x1 oben der ersten Zeile eine Minus 2 stehen. Also, ich werde die erste Zeile mal Minus 2 multiplizieren und mit der zweiten Zeile addieren. Um die Zahlen hier nicht schlimmer zu machen, werde ich die erste Zeile natürlich unverändert zuerst abschreiben. Und diese ganze Multiplikation und Addition passiert dann gedanklich. Mit ein bisschen Übung funktioniert das ganz gut. Also, wir haben dann oben in der ersten Zeile Minus 2x1 Plus 2x1 ergibt hier natürlich eine 0. Dann Minus 2x2 Minus x2 sind Minus 3x2. Minus 8x3 Minus x3 sind Minus 9x3. Und 0 plus 3 sind natürlich 3. Im gleichen Schritt können wir auch in der dritten Zeile, hier wo Minus 3x1 steht, eine Nullchen bekommen. Indem wir die umfeindete erste Zeile einfach mal 3 nehmen. Und dann mit der dritten addieren. Also, entsprechend haben wir dann gedanklich oben 3x1 Minus 3x1 ist natürlich 0. Dann 3x2 Plus 4x2 sind 7x2. Dann haben wir 3 mal 4 sind 12 Minus 5 sind ebenfalls 7x3. Und am Ende noch 3 mal 0 sind natürlich 0 Minus 7 bleibt Minus 7. Okay, wenn wir uns jetzt wieder an unserer Stufe orientieren und hier an dieser Stelle, wo 7x2 steht, versuchen, eine Null hinzubekommen, dann merken wir, ja, von den Zahlen her ist das nicht so toll geworden. Aber, wenn ihr die letzten zwei Zeilen genauer anschaut, dann solltet ihr merken, dass sich die Zahlen hier ganz kurz kürzen. Das heißt, wir können diese Gleichung vereinfachen, indem wir die zweite einfach mit 3 teilen und die dritte mit 7. Dadurch haben wir einfachere Zahlen, die wir einfach verrechnen können. Also, das heißt, die erste Zeile bleibt oder wird unverändert abgeschrieben an dieser Stelle. Plus 4x3 ist gleich 0. Die zweite Zeile lautet dann 0. Dann, wenn ich durch 3 teile, habe ich Minus x2 entsprechend. Dann Minus 3x3 ist gleich 1. Und die dritte Zeile 0. Dann Plus x2 oder einfach nur x2. Dann Plus x3. Und am Ende Minus 1. Und jetzt, im letzten Schritt, können wir einfach diese letzten zwei Zeilen hier addieren. Und dadurch fliegt diese x2 raus. Und dann kriegen wir auch an dieser Stelle eine 0. Das werde ich jetzt hier auf der rechten Seite machen. Das heißt, die ersten zwei Zeilen werde ich natürlich unverändert übernehmen. Also x1 plus x2 plus 4x3 ist gleich 0. Und die zweite Zeile lautet Minus x2 Minus 3x3 ist gleich 1. Und die letzte dann nach dem Addieren. Dann haben wir auch hier die gewünschte 0. Minus 3x3 plus 1x3 sind entsprechend dann Minus 2x3. Und am Ende 1 Minus 1 ist 0. Gut. Jetzt. Durch diese Stufenform, die wir hier haben. Dann erkennen wir, dass dieser lineare Gleichungssystem eindeutig lösbar ist. Das bedeutet, aus der letzten Zeile können wir bereits eine Lösung für x3 bestimmen. Dann müssen wir nur das Ganze durch Minus 2 teilen. Und dann wissen wir schon, dass x3 gleich 0 ist. Also das wäre die erste Lösung. Die setzen wir jetzt in die zweite Zeile für x3 und bestimmen eine passende Lösung für x2. Also entsprechend haben wir dann Minus x2 Minus 3 mal 0 ist gleich 1. Naja, 3 mal 0 ist natürlich 0. Also dieser Teil ist weg. Dann können wir mal oder geteilt durch Minus 1 rechnen, sodass x2 alleine auf der linken Seite steht. Und haben dann schon unsere zweite Lösung. Und mit Hilfe der ersten Zeile können wir dann auch x1 bestimmen. Also wir setzen wieder ein. Dann haben wir x1 Minus 1 plus 4 mal 0 ergibt 0. 4 mal 0 ist wieder 0. Und die Minus 1 bringen wir rüber mit Plus 1. Somit haben wir auch die letzte Lösung. x1 ist gleich 1. Wie bereits oben angekündigt, wenn ein linearer Gleichsystem eindeutige Lösungen besitzt, so wie in diesem Fall, sind das genau die Koordinaten des Schnittpunktes zwischen diesen drei Ebenen. Und das können wir natürlich so angeben. In der richtigen Reihenfolge zuerst x1, dann die Lösung für x2 und am Ende noch die Lösung für x3. Und hier ist unsere zweite Beispielaufgabe. Und wie bereits oben mit Rot angedeutet, werden wir uns hier anschauen, wie man die Schnittgerade zwischen drei Ebenen ausrechnet. Also dafür wollen wir natürlich dieses RGS erneut lösen. Ich deute wieder die Stufenform an. Und die erste 0 kriegen wir sehr einfach raus, indem wir einfach die ersten zwei Zeilen miteinander addieren. Also es ist keine Veränderung notwendig. Das ist sozusagen alles auf ein Silbertablett serviert. Also wir haben dann hier die erste Zeile, die wir nur abschreiben. Und dann addieren wir die zwei Zeilen zueinander. Minus 5 plus 5 ist dann entsprechend 0. 1x2 minus 3x2 sind minus 2x2. Minus 3 minus 1 sind minus 4x3. Und am Ende 7 minus 11 sind ebenfalls minus 4. Dann im gleichen Schritt können wir auch die x1 hier an der dritten Zeile wegbekommen, indem wir einfach die dritte Zeile mal 5 nehmen. Und mit der ersten Zeile addieren. Also unten stellen wir uns dann alles mal 5 vor. Minus 5 plus 5x1 ergibt natürlich 0. Dann oben haben wir 1x2 plus 0 ergibt wiederum x2. Dann oben minus 3, unten 5 sind dann entsprechend 2x3. Und die Zahlen noch am Ende. 7 minus 5 sind 2. Jetzt brauchen wir nur noch an dieser Stelle eine 0. Und da dürfen wir natürlich nur die zweite Zeile verwenden. Wir haben da eine minus 2, also bräuchten wir unten der dritten eine 2. Deshalb multipliziere ich jetzt die dritte Zeile mit 2 und addiere sie mit der zweiten Zeile. Das heißt, wir schreiben erstmal die ersten zwei Zeilen an dieser Stelle unverändert ab. Plus x2 minus 3x3 ist gleich 7. Die zweite Zeile lautet dann minus 2x2 minus 4x3 ist gleich minus 4. Und wenn wir jetzt mal die dritte mal 2 nehmen und mit der zweiten addieren, dann haben wir natürlich hier 0. Dann kommt hier ebenfalls 0 raus. Und am Ende minus 4 plus 4 ebenfalls 0. Diese 0 Zeile hier unten sagt uns, dass unser lineare Gleissystem eigentlich unendlich viele Lösungen besitzt. Und wenn wir das L-Gates jetzt weiter lösen wollen, und natürlich ist das auch notwendig für unser Ziel, müssen wir für einer dieser x in der zweiten Zeile einen Parameter einfügen. Ich werde mich jetzt für x3 entscheiden. Also ich sage einfach an dieser Stelle, x3 ist gleich t. Und ein Parameter muss natürlich auch deklariert werden, deshalb daneben auch t Element von r. Also das heißt übersetzt, dieser t kann jeden möglichen Wert annehmen. Ab jetzt zählt das als bekannte Lösung. Und deshalb können wir es im nächsten Schritt nutzen, um eine Lösung für x2 zu bekommen. Also wir setzen, oder wir setzen einfach das x3 in der zweiten Gleichung mit t. Entsprechend haben wir dann in der zweiten Zeile minus 2x2. Minus 4t ist gleich minus 4. Dann bringen wir erstmal die minus 4t mit plus 4t rüber. Dann bleibt auf der linken Seite nur minus 2x2. Und auf der rechten Seite haben wir minus 4 plus 4t. Am Ende dann noch geteilt durch minus 2. Somit ist x2 dann minus 4 durch minus 2 sind 2. Und 4t durch minus 2 sind minus 2t. Damit haben wir auch die zweite Lösung raus. Und natürlich können wir jetzt auch die erste Zeile nutzen, um x1 zu bestimmen. Theoretisch können wir die erste Zeile benutzen, aber wir könnten jetzt auch jede andere Zeile hier benutzen, um x1 zu bestimmen. Und wenn ihr ein bisschen so beim Anfang lineare Gleichsystem die Zeilen miteinander vergleicht, dann merkt ihr, dass die dritte Zeile deutlich geeigneter dafür ist als die erste. Also sie sieht einfach aus. Deshalb nehme ich jetzt statt der ersten Zeile die dritte. Natürlich kommt das gleiche raus. Also ich setze jetzt in die dritte Zeile ein. Und dann habe ich x1, x2 gibt es da gar nicht, plus x3, also plus t, ist gleich minus 1. Dann bringen wir einfach nur das t rüber. Und dadurch haben wir auch die letzte Lösung. So, x1 ist minus 1 minus t. Also das sind die drei Lösungen in Abhängigkeit von diesem Parameter t. Und daraus müssen wir jetzt eine Schnittgerade bilden. Das ist sehr einfach. Man schreibt einfach diese drei Lösungen sauber untereinander. Natürlich in der richtigen Reihenfolge. Also x1 ist minus 1 minus t. Dann x2 wäre dann entsprechend 2 minus 2t. Und x3 ist dann nur t. Und das meine ich mit sauber untereinander. Also Zahlen unter Zahlen und Buchstaben unter Buchstaben. Wenn ihr jetzt das hier genauer anschaut, dann sollte euch auffallen, dass es eine zerlegte Geradengleichung ist. Wo die Lücken noch ergänzt werden können. Also hier steht gar nichts. Also kommt eine 0. Und vor diesem minus t steht eigentlich eine minus 1. Und hier eine 1. Und damit kann man Stütz- und Richtungsvektor der Schnittgeraden problemlos erkennen. Und das Ganze nochmal natürlich sauberer hinschreiben. Also die ersten drei Zahlen untereinander sind die Koordinaten des Stützvektors. Und das ist dann minus 1, 2 und 0. Dann ziehen wir diesen Parameter t vor. Und die Zahlen vor dem t sind die Koordinaten des Richtungsvektors. Also entsprechend minus 1, minus 2 und 1. Also das wäre dann die gesuchte Schnittgerade. Bei der dritten Beispielaufgabe werden wir entsprechend sehen, wie die Lösungsmenge dieses linearen Gleichsystem aussieht, wenn die Ebenen keinen gemeinsamen Punkt haben. Also wir legen wieder mit der gleichen Zielsetzung los, und zwar die Stufenform hinzubekommen. Dafür nehme ich wieder die erste Zeile mal minus 2 und addiere sie mit der zweiten. Also zuerst für die erste Unveränderte abgeschrieben. Plus x2 plus 4x3 ist gleich 0. Dann haben wir entsprechend hier 0. Dann minus 2, minus 1 sind minus 3x2. Minus 8, minus 1 sind minus 9x3. Und hinten 0 plus 3 sind natürlich 3. Im gleichen Schritt werden wir auch diese minus x1 hier eliminieren. Dafür müssen wir eigentlich gar nichts machen, außer die erste und die dritte Zeile zusammen zu zählen oder zu addieren. Und entsprechend haben wir dann hier 0. Dann plus x2 minus x2 ist ebenfalls 0. Das ist natürlich ein glücklicher Zufall. Dann 4 minus 4 ergibt auch 0. Noch ein glücklicher Zufall. Und am Ende haben wir nur 0 und minus 7 zusammengezählt sind minus 7. So, wie ihr erkennen könnt, gibt es in der letzten Zeile einen Widerspruch. Also 0 ist natürlich nicht das gleiche wie minus 7. Deshalb besitzt dieser lineare Gleichsystem gar keine Lösungen. Also entsprechend können wir Schlussfolgerung, dass die Ebenen keinen gemeinsamen Schnittpunkt oder keinen gemeinsamen Punkt haben. Bei den letzten zwei Lagebeziehungen sind die linearen Gleichsysteme am Ende sehr ähnlich. Und deshalb ist es durchaus sinnvoll, dass man das Ganze im einen betrachtet, um diesen kleinen aber feinen Unterschied besser zu erkennen. Also, wir haben auf der linken Seite wieder ein Linear-Gleichsystem. Und ich habe jetzt bereits diesen Linear-Gleichsystem versucht mit dem Gauss-Verfahren zu lösen. Dadurch ist das hier am Ende rausgekommen. Versuchen wir uns, ja, das was am Ende übrig ist, ein bisschen genauer anzuschauen. Also, als erstes haben wir eine Nullzeile. Eine Nullzeile entspricht eine wahre Aussage. Und die letzte Zeile, die ist das Problem. Da finden wir ganz schnell hier am Ende einen Widerspruch. Also, da steht einfach 0 gleich 4. Ja, das bedeutet indirekt, dass das lineare Gleichsystem, so wie bei dem dritten Beispiel, keine Lösung besitzt. Aber in diesem Fall haben wir zusätzlich noch diese Nullzeile. Und das bedeutet für uns, dass die Ebenen zueinander echt parallel sind. Alternativ habe ich auf der rechten Seite einen zweiten Angreifsystem, der sehr, sehr ähnlich zu den linken ist. Nur eine Zahl unterscheidet sich, um ehrlich zu sein. Und wenn man hier ebenfalls versucht, diese Stufenform zu erzielen, dann kommt das raus. Hier sieht alles ein bisschen besser aus. In der Hinsicht, wir haben diesmal zwei Nullzeilen mit zwei wahre Aussagen. Also, auch die letzte Zeile passt perfekt diesmal. Aber auch hier ist alles in Ordnung. Und in diesem Fall bedeutet natürlich, dass das lineare Gleichsystem auch unendlich viele Lösungen hat. Allerdings mit zwei Nullzeilen. Und deshalb sind die Ebenen in diesem Fall identisch. Einen kurzen Hinweis noch an dieser Stelle. Ich habe mich jetzt bemüht, alle diese Lagebeziehungen durch das Lösen von linearen Gleichsysteme zu begründen. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Und vor allem bei den letzten zwei Fällen könnte man das Ganze ein bisschen tricksen und auf die Vielfachheit der normalen Vektoren dieser Ebenen setzen. Also, man muss einfach schauen, oder man kann schauen, ob die normalen Vektoren dieser drei Ebenen jeweils vielfacher voneinander sind oder sogar identisch. Und damit könnte man auch die Lagebeziehungen hier eingrenzen. Nur mal so als Hinweis. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die euch hilfreich sein könnten. Natürlich in diesem Zusammenhang ist auch die gegenseitige Lage von zwei Ebenen von Bedeutung. Außerdem müsst ihr in der Lage sein, wie ihr gesehen habt, das Chaosverfahren gut zu beherrschen. Am besten eine kurze Methode nehmen. Und die Lösungsmenge bzw. die Lösbarkeit lineare Gleichungssysteme kennen. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr euch nicht gefallen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr euch nicht gefallen.